Bestimmt haben Sie schon vom Thema der Strafzölle der EU auf Fahrzeuge gehört, die sozusagen jetzt demnächst erhoben werden oder die erhoben werden sollen. Und ja, mit den damit verbundenen Preissteigerungen für Sie als Verbraucher. Und wir können dort als ARRI Ihnen mitteilen, dass keines unserer Fahrzeuge von irgendwelchen Strafzöllen betroffen ist, weil diese Fahrzeuge als Leichtfahrzeug gelten und Leichtfahrzeuge sind von dieser Regelung ausgenommen und ebenso auch Transportfahrzeuge, größere Transportfahrzeuge, sodass keines unserer Fahrzeuge, ob das nun der ARRI 345 ist mit seinen 300 Kilo Nutzlast oder der ARRI 458 mit seiner halben Tonne oder der ARRI 901 mit seinen 900 Kilo oder auch der ganz große ARRI 1710 mit 1700 Kilo Nutzlast oder eben auch unsere Personenfahrzeuge. Keines dieser Fahrzeuge wird von Strafzöllen betroffen sein und keines dieser Fahrzeuge wird sich deshalb irgendwie verteuern. Also stabile Preise bei ARRI Motors und Sie können gleich mal auf der Webseite nachschauen, ob vielleicht eines dieser Fahrzeuge für Sie jetzt in Frage kommen könnte. Vielen Dank und bis bald! Vielen Dank!